Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielen wir mal Wolfenstein The New Order Hier haben wir das letzte Mal aufgehört Und ich habe jetzt was rausgefunden Ich habe nicht nachgeschaut, wir müssen aus der Deckung mit der Pistole getötet Das können wir jetzt eigentlich direkt angehen Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie das funktioniert Und heimlich töten durch Messerwurf Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert Das habe ich keine Ahnung Durch Granate Werfen schaffen wir auch Und das Zurückwerfen habe ich keine Ahnung Das werde ich aber irgendwann rausfinden Das Zeug ist noch uninteressant, aber das hier geht auf jeden Fall Dazu wählen wir jetzt erstmal die Pistole aus Machen den Schalldämpfer drauf Und zwar wenn ich jetzt L1 gedrückt halte und hier diesen Mach Kann ich das Ganze machen So, wir sind da hinten Da draußen gibt es noch was Da ist noch ein Ausrufezeichen Scheiße, jetzt müssen wir wieder da hoch Scheiße Egal, da ist noch ein Ausrufezeichen Ich weiß nicht wo Nee, das ist eh falsch Hier, oder? Nee Jetzt stimme ich genau Okay Da haben wir wohl was irgendwo Verpasst So, wir wollen wir die Schock mit Dann wollen wir die Schock mit Blödheit siegst, oder? Ja, da müssen wir wieder ganz hoch Wie kann ich das umschalten? Ah Und jetzt ist es Ja, jetzt ist es weg Wir gehen jetzt trotzdem auf die Waffe Und dann auf die Waffe Dann hätte ich gar nicht so umständlich Darüber klettern müssen Ich habe jetzt gedacht Da ist noch voll der Schatz Der Pustekuchen So ein Scheiß Ähm Ähm So So Aber jetzt Wenn wir mal schauen Hier Okay Haben wir nichts bekommen Wundert mich jetzt Haben wir jetzt was bekommen? Nö Ähm Ja Schon klar Aber jetzt müssten wir was bekommen haben, oder? Ja Das Ganze muss man mit den verschiedensten Waffen machen Da müsste eine Luke in der Wand sein Der Zugangstunnel zum Fahrstuhlschacht Ja toll Ähm Äh Ach Gott Blindheit siegt manchmal, gell? Wir haben trotzdem keinerlei Rüstung mehr Was gar nicht gut ist Da gibt es auch nichts mehr Ähm Ja Was soll man jetzt großartig machen? Falsch getastet Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden Oh Katja aktualisiert Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen Aber irgendwie Okay 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 Da war ja einer gestanden. Okay, das war jetzt nicht gut. Schieß die Fahrstuhl ganzen ab. Muss oder schief gehen. Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ähm. Ich bleibe mal hier sicher stehen. Heureka. Wäre ich jetzt auf dem Fahrstuhl gestanden? Wäre es böse ausgegangen. Kabeltrommeln. Oh oh. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Dog Able Apostrophe. Able Tear Leerzeichen. Yoke Item Charlie How Uncle Dog. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anja. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dart Yee-Shoot. Wird gemacht. William, seid vorsichtig. Sie gefällt mir, Blazkowicz. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dart Yee-Schuhzeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Ganz schnell mal fü- Nichts ist da, das da. Nichts ist da, das da. Oh, whoa, 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 whoa. Äh, künstliche Intelligenz, perfekter Geist. Wie immer, lest du das durch. Ne, da drücke ich jetzt nicht drauf. Nicht mal Code. Oh, Weste. So, wir kommen von da oben. Oh, oh, oh. Karte mit Fluchtwegen. Den können wir aufladen. Das ist wunderbar. Auch wenn wir den jetzt nicht mehr so häufig brauchen. Ja, wie man auch sieht, ich habe mich jetzt von der Doppelpistole oder Doppelwaffen recht weit verabschiedet inzwischen. Hey, da geht es ja hoch. Äh, weil es irgendwie nicht so pralle ist mit dem Zielen. Und ja. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal... Da steht irgendwas verweigert. Ähm... Versuchsprogramm gestattet. Versuchsprogramm erfolgreich. Ich bin vorsichtig. Mir ist es nicht geheuer. Ich will jetzt aber sehen, was wir da runter schießen. Was geht los? Ah... Versuchsprogramm gestattet. Cool, eine neue Waffe. Alle, mach dem Laser. Neue Laserkraftwerk. Waffe. Okay. Okay. Das ist diese LKW, die so sagen, im Boden. Ne? Okay. Da ist schon ganz schön Pumps drauf. So. Karte aktualisiert. Hier gibt es nichts mehr. Oh, ne. 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 Ich will gar nicht wissen, warum ich jetzt den Scharftusen GWH habe. Beide. Bleibchen sicherer Entfernung. Dann kann da nichts passieren. Ah. Wir können da hochklettern. Hihi. Ganz ehrlich, ich habe gar nicht zugehört, was natürlich nicht gut ist für mich. Zu weit weg. Da liegt was. Biofusion, die Technik der Tierkreuzung. Okay. Wie immer, lest es euch selber durch. So, wo sind wir denn jetzt? Kurz vor dem Ausgang. Da sind wir, mein Hubschrauber, ein Hauptswerk für dich, jede Wetterin. Okay. Panzerglasfenster. Ich würde mal schirker sagen, die letzte Folge war so lang. Wir drücken Start und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, alles andere in der Videobeschreibung. Einschließlich Twitter, was jetzt neu ist. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir aus dieser Radarstation, was auch immer, fliehen. Bis denn eh. Ciao. 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 Ciao.